Ich begrüße die allerbesten Zuschauer der Welt hier auf dem Foto, Natur und Technik Kanal Amazing Nature Alpha. Mein Name ist Michael und in diesem Tutorial zeige ich dir eine spezielle Bildbearbeitung, mit der du dein Motiv vom Hintergrund so ein bisschen selektieren kannst. Denn es gibt manchmal Motive, die sind Ton in Ton und uns gelingt es nicht so richtig, das Motiv herauszuarbeiten. Und eine einfache Methode zeige ich dir in diesem Video. Viel Spaß! Fangen wir direkt an. Wir haben hier einen Schakal fotografiert mit 70mm f2.8. Der ist mir schon gefährlich nahe gekommen und das ist so ein krasses Foto geworden. Und jetzt habe ich aber das Problem, egal wie ich das Bild bearbeite, egal ob ich es wärmer mache oder kälter, Der Schakal verschmilzt sehr stark mit dem Hintergrund. Das liegt auch daran, ich habe zwar eine f2.8 genommen, aber durch APS-C haben wir natürlich nicht so ein schönes Book hier, als hätten wir eine Vollformat-Kamera an dieser Stelle mit der Brennweite verwendet. Und ich zeige euch jetzt mal eine Möglichkeit, denn Weißabgleich ist oft eine Möglichkeit, Hintergrund und Vordergrund so ein bisschen voneinander zu trennen. Aber in diesem Bild funktioniert das nicht, weil die Äste im Hintergrund fast die gleiche Farbe und Helligkeit haben als der Schakal im Vordergrund. Egal, was ich jetzt mit dem Weißabgleich anstelle, wir haben dadurch kein besseres Ergebnis. Dementsprechend zeige ich dir jetzt, wie das geht. Das Bild ist ein bisschen flau, ich gebe erst mal Kontrast dazu. Ich hole so ein bisschen die Lichter hinten runter, mache eine typische Dynamikbearbeitung. Natürlich kontrolliere ich auch immer zwischenreihen, was das Weiß hier macht. Und das Schwarz schaue ich mir auch immer an am Anfang. Aber das würde ich dann am Ende noch mal speziell bearbeiten. Das ist jetzt alles Standard. Ich gehe ein bisschen ins Dunst entfernen. Wir hatten da ein bisschen einen dunstigen Tag. Und ich gebe da so ein bisschen Dynamik rein. Aber auch, ihr seht, mit Farbe ist da auch nicht viel getan. Wir haben deswegen trotzdem Ton in Ton. Und was mir bei diesem Bild, muss ich auch gucken, Objektivkorrekturen sind an. Das schärfe ich auch immer gleich mal so ein bisschen, damit ich sehe, wo ich lande. Ja, das fasst jetzt erst mal so. Und wir könnten vielleicht hergehen und sagen, ja, das Bild verträgt auch noch eine Vignette, weil wir möchten ja das Motiv in der Mitte betonen. Aber was mir jetzt erst mal total auffällt und was mich stört ist, das Gesicht von dem Schakal ist zu dunkel. Und deswegen gehe ich jetzt mal her und pinsel mal nur das Gesicht an. An den Kanten immer so ein bisschen den Pinsel größer machen, dass es ein bisschen weicher und unauffälliger wird. Und jetzt gehe ich her und betone das Gesicht. Und ihr seht, wie wichtig das ist. Das fällt am Ende gar nicht mehr auf, aber es war einfach gerade so schwarz. Und das ist so wichtig hier, den Schakal erst mal so ein bisschen in der Helligkeit zu justieren. Und wir gehen noch weiter. Wir gehen jetzt noch mal auf Plus und sagen, erkenne uns automatisch das Motiv. Eine neue Stärke von Lightroom. Und ihr seht, das Motiv wurde perfekt erkannt. Und jetzt können wir nämlich den ganzen Schakal auch in der Helligkeit noch so ein bisschen anheben. Und ich übertreibe das absichtlich, er ist jetzt viel zu hell, mit dem Hintergrundwissen, dass ich gleich hergehe und das Bild in der Gesamthelligkeit wieder zurücknehme. Und schon merken wir, wie der Schakal sich vom Hintergrund so ein bisschen löst. Aber damit nicht genug. Wir können jetzt noch hergehen und sagen, das ist auch eine sehr schöne Funktion, wir gehen hier in die Maske vom Schakal und sagen, die drehen wir jetzt um und möchten sie nochmal dupliziert haben. Das heißt, ab jetzt ist der Hintergrund maskiert. Und jetzt können wir nochmal hergehen und sagen, hey, wir gehen ein bisschen dunkler und wir machen das so ein bisschen bläulicher. Und wir machen das so ein bisschen weniger gesättigt. Und schon merkt ihr, wie wir den Schakal vom Hintergrund lösen. Plötzlich ist der Hintergrund dunkler. Plötzlich hat der Hintergrund eine leicht andere Färbung. Und wir können sogar hergehen und sagen, wir möchten den Hintergrund noch unkenntlicher machen. Wir gehen mit der Klarheit zurück. Wir machen ihn weicher. Wir gehen mit der Struktur zurück. Das macht ihn auch weicher. Und wir gehen mit der Schärfe zurück im Hintergrund. Denn der soll ja ähnlich einem weichen Bouquet ähneln. Und damit reduzieren wir übrigens auch satt das Rauschen im Hintergrund. Und wir können sogar noch hergehen. Ich gehe nochmal rein. Wir können sogar hergehen und sagen, wir möchten sogar nochmal Dunst entfernen. Mal schauen, wie das wirkt. Und das wirkt sehr cool, weil wir damit natürlich noch mehr Kontrast in den Hintergrund bekommen. So, und wenn wir das jetzt mal vergleichen mit vorher, dann merkt ihr, das Bild ist immer noch natürlich geblieben. Wir können jetzt drüber diskutieren und streiten, ob der zu hell, zu dunkel ist. Pipapo, interessiert mich alles nicht. Wir können natürlich die Augen noch betonen und so weiter und so fort. Wir können aber auch im Tier in sich auch noch ein bisschen mehr Kontrast einhauchen. Damit der einfach, naja, wäre ich aber auch vorsichtig. Da können wir jetzt noch ganz vieles machen. Das ist alles klar. Aber ihr habt das Prinzip verstanden. So war übrigens meine vorherige Bearbeitung. Ja, unterscheidet sich jetzt wieder leicht von der jetzigen Bearbeitung. Ich sehe auch auf Anhieb. Ich habe unten in den Tiefen hier unten noch so ein, das mache ich sehr gerne bei Bildern, hier unten nochmal einen Verlaufsfilter reingezogen. Den nochmal ins Minus ziehen. Damit wir hier so eine dunkle Stufe reinbekommen vorne. Dass den Blick zusätzlich in die Mitte drückt. Und das wäre jetzt schon meine finale Bearbeitung. Ihr seht, so könnt ihr ganz einfach euer Motiv, das vielleicht Ton in Ton im Hintergrund ist, so ein bisschen, na, nix übertreiben. Das war jetzt schon sehr übertrieben. Aber das Bild wirkt einfach sehr stark. Und der Blick des Tieres wirkt stark. Und wir haben ihn einfach getrennt vom Hintergrund. Danke, dass dich das interessiert hat. Ich würde mich über einen Daumen nach oben, natürlich auch über ein Abo freuen, wenn nicht schon längst geschehen. Und dann sehen wir uns in einem nächsten Video mal wieder. Bis dahin. Tschüss.